Yo, willkommen zurück zu einer neuen Deckbefeil. Heute zu den BAs in der Budget-Variante, quasi mit etwas teuren Karten. Ich habe allerdings hier auf den Blockdrachen verzichtet. Also diese Version habe ich hier nicht zusammengestellt, weil ich denke mal dazu gibt es schon genug Deckbefeils. Wenn ihr das auch noch sehen möchtet, werde ich mich da denke ich mal irgendwann noch darum kümmern. Dazu in Zukunft dann halt auch noch ein Deckbefeil hochladen. Allerdings wurde sich auch gewünscht, dass ich zu BA eine Low-Budget-Version mache, also mit günstigeren Karten. Und das wird dann auf jeden Fall auch in Zukunft in den kommenden Wochen noch folgen. Ich werde dazu noch ein Video aufnehmen und ich würde mich dennoch freuen, wenn jetzt hier bei diesem Budget-Version ein Video dran bleibt bis zum Ende. Und ich würde sagen, let's go! Und beginnen werde ich jetzt einfach mal mit den BA-Effekten, die alle Main-Monster gemeinsam haben. Und zwar ist hier erst einmal ein On-Field-Effekt. Wenn ein anderes Monster außer einem BA-Monster auf dem Spielfeld liegt, zerstören sich alle Main-Monster halt selber. Das Ganze kann man aber auch noch mit anderen Karten quasi umgehen. Von daher ist das gar nicht so schlimm, ist aber auf jeden Fall ein Downside, den man beachten sollte. Des Weiteren haben sie auch noch zwei Effekte, wovon ihr allerdings nur einen pro Spielzug aktivieren könnt. Erst einmal, wenn halt ein BA-Monster auf den Friedhof gelegt wird, haben sie jeder unterschiedliche Effekte. Dann noch der Effekt, wenn sie bzw. können wir sie von der Hand spezial beschwören, wenn wir keine Zauber bzw. halt Pfeilen kontrollieren. Und dann würde ich sagen, beginnen wir ganz klassisch hier mit dem Graf einmal und dem Zier. Sind halt beide auf 1, was natürlich sehr schade ist. Vielleicht kommt ihr irgendwann zurück. Auf jeden Fall ist hier bei Zier der Effekt, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird, können wir ein BA-Monster von unserem Friedhof Spezial beschwören. Und bei Graf ist es so, dass wir vom Deck Spezial beschwören können. Ist auf jeden Fall so die wichtigste Kombo, die wir haben. Dann bei den Freeoffs spielen wir dreimal den Fafa. Und der kann Monster bis zur Endphase, ja sag ich mal, aus dem Spiel entfernen. Können auch allerdings unsere eigene nehmen, aber auch die des Gegners. Kann man zum Beispiel auch mit den Kaijus kombinieren. Dann ist jetzt einfach nur so eine kleine Anregung hier von mir. Spiele ich momentan allerdings nicht. Eventuell kann man sie ins Zeitdeck reinhauen. Dann spiele ich noch als Freeoff halt den Skam. Und er ist unser Searcher. Ist leider erst während der Endphase, also etwas langsamer. Was soll man machen, ist aber halt unser Searcher. Daher sollte man ihn auf jeden Fall spielen. Und dann komme ich zu Libig. Und bei der Race Crew kann man sich natürlich streiten. Aber ich spiele ihn, ja, dreimal. Und wenn er auf den Friedhof gelegt wird, können wir ein Unterwäldler-Monster mit den Attributen Finsternis und der Stufe 3 von unserer Hand Spezial beschwören. Und allerdings werden deren Effekt annulliert. Ist aber gar nicht so schlimm, weil bereits eben am Anfang erwähnt, die zerstören sich ja alle, wenn wir kein, beziehungsweise wenn wir ein Monster kontrollieren, was kein BA ist. Und das kann man damit so, sag ich mal, umgehen. Finde ich ziemlich cool, eine weitere Special Sum von der Hand zu haben, um dann, sag ich mal, auch noch die zweiten Effekte der BAs zu verwenden. Wenn wir sie halt selber nicht durch ihren eigenen Effekt Specialen, können wir das Ganze halt durch Libig machen. Und das ist auf jeden Fall, wie ich finde, schon sehr stark. Und daher spiele ich ihn auf 3. Und dann kommen wir zu den Run-Offs. Dort spiele ich einmal den Alec. Er ist quasi ein Veiler, wenn man das so sagen kann. Und dann noch einmal den Kalk-Up. Und mit denen kann man halt Gesetze zaubern, Fallenkarten des Gegners. Aber auch von uns ist jetzt hier in dem Fall aber jetzt nicht so wichtig. Dennoch auf jeden Fall eine Option, die man halt hat. Halt zerstören. Und ja, kann man halt mit Backbrew loswerden. Und wenn wir zum Beispiel halt hier auch Set haben, also Zauber oder Falle halt Set haben, können wir das Ganze halt zerstören, um wieder spashen zu können. Also unsere ganzen BA-Monster. Falls das mal nötig sein sollte. Und ist quasi auch der Gedanke vielleicht dahinter, dass man auch eigene damit schießen kann. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann zu den Run-Offs, die man nicht unbedingt spielen muss. Ich spiele sie allerdings. Und zwar einmal halt den Rubik. Den spiele ich nur, weil er halt ein Empfänger ist. Und hat auch keine weiteren Effekte. Außer halt diesen On-Field-Effekt, dass er sich spashen kann. Wenn wir keine Zauber- und Fallenkarten kritisieren. Und dass er sich halt zerstört. Dann noch den Barber. Und den finde ich cool im Late-Game. Weil wir mit ihm Burn-Schaden machen können. Indem wir halt BA-Monster von unserem Friedhof halt verbannen. Hier maximal halt drei Stück. Und für jede Karte, die wir dadurch verbannen, verliert der Gegner ganze 300 Live-Points. Und finde ich eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, im Late-Game das Ganze zu machen. Oder halt auch die Optionen im Deck zu haben. Das soweit auch zu den BAs an sich. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den ganzen Tech-Karten. Und dort haben wir jetzt endlich die Fremdenführerin auf zwei. Einmal im Normalen und einmal im Alternativen-Artwork. Und ich denke mal, jeder kennt deren Effekt. Wenn nicht, wenn sie genommelt wird, können wir ein Unterwetter-Monster-Stufe 3 von unserem Deck halt spezialbeschwören. Deren Effekte werden annulliert. Kann auch nicht als Synchromaterial verwendet werden. Und ist halt wichtig, um in Dante zu kommen. Leider ziemlich Ash-anfällig, was das angeht. Dennoch auf jeden Fall eine Karte, die man spielen sollte in diesem Thema. Dann kommen wir jetzt noch zu der Karte. Und zwar Teuflischer Nashorn-Krieger hier auf zwei. Die quasi diesen ersten On-Field-Effekt der ganzen BA-Monster ein bisschen entgegenwirkt. Weil wenn wir ihn kontrollieren können, Unterwettler-Monster sich... Oder beziehungsweise im Allgemeinen Unterwettler-Monster nicht durch Karten-Effekte zerstört werden. Und das hier auch in dem Fall durch BAs eigene Effekte. Was natürlich ziemlich cool ist, wenn man ihn normelt und dann zum Beispiel halt die BAs nachspecialt. Ja, zerstört sich nicht selber. Man hat ein weiteres Monster auf dem Spielfeld. Klar, man kann das Ganze auch noch verwenden, wenn er in der Runde des Gegners liegt. Um so einen kleinen Schutzeffekt zu haben gegen Zerstörung vom Gegner. Das soweit eigentlich quasi schon so ein Standard-Line-Up, wenn man es so sagen kann. Ich mache jetzt mal weiter mit Karten, die ich eingebaut habe und teste. Bin gespannt auf eure Meinung dazu. Und zwar an Geräts zum Schirm. Den haben wir ja in Dual Overlord bekommen. Und wenn der normal beschworen wird, können wir eine Karte von unserer Hand abschmeißen. Was natürlich schon mal cool ist, um die BA-Effekte zu triggern. Zum Beispiel auch Farfar. Hier in dem Fall natürlich somit die beste Option. Das Ganze natürlich erst in der Runde des Gegners. Weil, warum sollen wir unsere Monster verbannen? Klar, könnte man so Monster verbannen, die unsere BAs quasi zerstören. Also irgendein Synchro- oder Link-Monster, um es dann in der Endphase halt wiederzubekommen. Ist aber auch jetzt hier nur so ein Fun-Fact nebenbei, dass man das Ganze halt machen könnte. Auf jeden Fall können wir mit dem Angresum-Schirm ein Monster der Stufe 4 oder niedriger von Frito Spezial beschwören. Allerdings können wir dann auch nur noch vom Extra-Deck Synchro-Beschwörung machen für den Rest des Spielzuges. Also den am besten am Ende euer Place quasi halt normalen. Ist aber eine coole Option, wie ich finde, um halt in den Virgil zu kommen oder auch Brionic. Allgemein halt einfach die ganzen Synchro Stufe 6 oder auch Trishula der Stufe 9. Ich teste ihn momentan. Schreibt eure Meinung zu dem Schirm in die Kommentare. Dann mache ich weiter mit quasi dem Boss-Monster im Main-Deck. Und zwar den Schwarzglänzenden Soldaten. Und der kann sich halt specialen, indem wir einen Finsternis und einen Lichtmonster aus dem Friedhof verbannen. Dann hat er einmal den Effekt, dass wir einen Monster auf dem Spielfeld wählen können. Und dieses zu verbannen, dann kann er aber auch in diesem Spielzug halt nicht mehr angreifen. Dann hat er den zweiten Effekt, wenn er einen Monster durch den Kampf zerstört, kann er sofort nochmal angreifen. Ist für den OTK auf jeden Fall schon sehr stabil, wie ich finde. Und einmal so im Deck kann man das auf jeden Fall machen. Dann spiele ich Zerstörungsschwert des Zauberbusters. Und ihr fragt euch, warum ich wahrscheinlich nicht den Drachenbuster spiele. Also der, der quasi den Gegner daran hindert, vom Extra Deck Monster spezial beschwören zu können. Erst einmal der Grund, ich habe diese Karte nicht. Zweiter Grund, dieses Monster Stufe 3. Und lockt den Gegner quasi, dass er keine Friedhofseffekte vom Monster mehr aktiviert, aktivieren kann. Ist ziemlich cool. Und da wir keinen Abyss-Dueller bauen können, weil wir alle Monster Stufe 3 haben, können wir das Ganze halt hier mitmachen. Also er ist unser Abyss-Dueller. Und natürlich komme ich gleich nochmal, wenn wir beim Extra Deck sind, zu dieser Karte. Ist allerdings auch nur hier drin, weil sie Stufe 3 ist. Wir sind zusammen mit auch Bujinki, zu dem ich auch noch gleich kommen werde, halt spaschen können. Allerdings ist auch zum Beispiel Drachenbuster halt ein Empfängermonster. Und ich möchte vielleicht den Crystal Needle Fiber, wo ich am Ende des Videos nochmal drauf zu sprechen komme, halt einbauen möchte. Mal schauen, ob ich das Ganze noch umbauen werde. Aber bin auf eure Meinung gespannt, was hier ihn angeht. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Handtrap. Und ganz Standard natürlich die Aschenblüte. Dann noch den Veiler. Und ihn spiele ich hauptsächlich halt, weil er Licht ist. Klar, man kann auch den Ogre spielen, weil er auch noch Stufe 3 ist. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Sinn machen. Könnt ihr mal, ja, eure Meinung zu in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhaben würdet. Und als letztes hier noch den Sau Ravis, der auch ziemlich cool ist, weil wir damit quasi Wähleffekte des Gegners, die unsere Monster halt wählen, mit einem Schnelleffekt halt negieren können. Ist auf jeden Fall eine coole Option, das Ganze zu haben. Und warum ich halt, wie gesagt, Licht spiele, ist halt wegen dem Buster, Busterblader, sage ich, wegen den schwarz glänzenden Soldaten. Um halt mehr, sage ich mal, Optionen zu haben, um ihn zu specialen zu können, was das angeht. Klar, wir machen auch extra Deck Monster, die halt auch Licht sind. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Zauberkarten. Erstmal bei der Draw Power, Verlockung der Finsternis. Wir spielen halt so viel Finsternis Monster, dass Verlockung der Finsternis halt einfach perfekt für dieses Thema ist. Und falls wir unsere ganzen Handkarten abschmeißen sollten, triggert das vielleicht auch noch unsere Effekte. Aber da halt alle BAs Finsternis sind, ist das eigentlich mehr oder weniger nicht so wichtig. Dennoch eine Karte, die auf jeden Fall dem Thema ziemlich gut was an Draw Power dazu gibt. Dann noch eine Karte, und zwar ins Grab hinabziehen, habe ich hier mit ins Thema eingebaut. Finde ich ziemlich cool, weil beide Spieler zeigen die Hände vor, was natürlich schon mal cool ist. Wenn wir zum Beispiel nur eine Karte auf der Hand haben und unser Play schon so gut es geht durchgezogen haben, aktivieren die Karte. Er sieht halt nur diese eine Karte, die er ohnehin abschmeißen muss. Also beide Spieler schmeißen eine Karte von der Hand dann ab des Gegners. Allerdings ist auch wichtig, dass wir halt sehen, was der Gegner auf der Hand hat. Und wir uns so quasi vorbereiten können, was der Gegner eventuell spielen könnte. Des Weiteren ziehen wir dann auch noch eine Karte, was auch noch mal hilfreich ist. Und falls wir zum Beispiel nur diese eine Karte vorhanden haben, die halt Fafa ist, ist es natürlich auch noch mal interessant, vielleicht auch Skam umzusuchen. Und wenn wir das halt in der Runde des Gegners machen und Fafa haben, können wir auch noch einen Monster verbannen. Finde ich auf jeden Fall cool, weil unsere Karten, die wir abschmeißen, eigentlich mehr oder weniger mit dem BAs Zusammenhalt auch noch Effekte triggern können. Des Weiteren können wir dann mit Nibiru vielleicht auch noch abschmeißen vom Gegner, was auch sehr hilfreich ist. Und dann quasi haben wir auch noch vom Grab gerufen, wenn wir schon von Handtraps reden, sollte auf jeden Fall mit dabei sein, weil halt zum Beispiel halt mit dem Toolguide, den ich eben schon angesprochen habe, der ziemlich Handtrap anfällig ist, hier in dem Fall halt Ash, sollte das auf jeden Fall dabei sein. Dann Törichs Begräbnis, halt all unsere BA-Monster triggern darauf, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden. Und zusammen mit Törichs Begräbnis kann man das Ganze ziemlich kontrolliert und gut ausführen. Dann noch Wiedergeburt, halt, ja, weitere Specials haben, genauso wie Nachfolge. Habe ich momentan noch drin, die Nachfolge, ob ich sie weiterhin drinne lasse, muss ich mal schauen. Finde sie aber echt nicht schlecht, weil halt erstmal Chirubini eine coole, sag ich mal, Variante dafür ist, um wieder halt, ja, ein BA-Monster zu specialen, der auch noch geschützt ist durch halt Chirubinis Effekt. Aber ich denke mal, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, um weiter in die Plays reinzukommen. Und als letztes spiele ich einmal Topf der Trägheit. Ich habe sie jetzt hier einfach nur einmal reingehauen, um halt so ein bisschen mehr recyceln zu können. Und wir millen halt wirklich so viel, also wir können eigentlich schon fast unser komplettes Deck millen. Und von daher Topf der Trägheit kann man mit reinhauen, um ein bisschen recyceln zu können. Das jetzt hier auch zum Main-Deck. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum Extra-Deck. Dort spiele ich natürlich den Chirubini. Haben ja zweimal dabei. Sein wichtigster Effekt ist natürlich, dass er, wo er drauf zeigt, die Monster können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ist ja ziemlich hilfreich halt für die BAs selber, damit sie sich nicht vernichten. Und wichtig ist auch noch, dass wir Monster Stufe 3 von unserem Deck halt millen können. Bringt uns halt einfach in die Plays rein. Sehr wichtig, zusammen halt mit dem Graf und dem Zier als Start-Kombo. Dann noch eine Karte, die ich hier momentan teste, und zwar den Bujinki. Ashashima heißt er, glaube ich. Ich halte einmal hier den Effekt-Text und allgemein halt die Karte in die Kamera. Brauche halt zwei Monster mit derselben Stufe. Da wir halt alle Monster fast mit Stufe 3 haben, ist sie sehr einfach zu beschwören. Leider kann sie nicht als Link-Material verwendet werden, was ziemlich blockierend ist, was das angeht. Des Weiteren hat sie halt den Effekt, falls sie halt Link beschworen wird, können wir zwei Monster mit der gleichen Stufe, einen von Friedhof und einen von der Hand, spezial beschwören. Und ihre Effekte werden halt annulliert, was quasi wie Chirubini ist, weil die BAs, wenn wir sie halt specialen, quasi deren Effekte annulliert werden, was sehr gut ist, damit sie sich halt nicht zerstören. Dann, wenn diese Monster gespecialt werden, können wir direkt in eine Exis-Beschwörung gehen. Also sofort, nachdem der Effekt aufgelöst wird, passiert das Ganze, gehen wir direkt in Dante. Zusätzlich, wenn wir einen Effekt von einem Exis-Monster aktivieren, wo wir halt Monster von ihm abhängen, können wir dann einige Gesetze, beziehungsweise eine Zauber der Falle des Gegners halt zerstören, was nochmal cool ist, um Backroo ein bisschen loszuwerden. Und erst auch noch zeitgleich Licht, was für den Schwarz-Lenzen nochmal wichtig sein könnte. Schreibt mal eure Meinung zu den Bujinki in die Kommentare. Dann zu dem Transportverbund, der ist halt drinne wegen den Dragonbuster. Weil durch den Transportverbund können wir ein Monster von uns mit einem Monster von unserer Hand oder halt dem Deck ausrüsten. Der bekommt dann 1000 ATK dazu. Und wenn der Zauberbuster ein Monster ausrüstet, kann der Gegner, wie gesagt, keine Monster im Friedhof halt aktivieren, also keine Effekte von Monstern. Und da er halt Finsternis ist, können wir natürlich alle Finsternis-Monster damit ausrüsten. Und bei Hexer haben wir quasi den Veiler natürlich als Target. Hier natürlich im Worst-Case-Szenario. Und wenn ich mich nicht irre, auch den Angeros-Schirm. Der ist ja auch Hexer. Genau, den kann man damit zum Beispiel auch ausrüsten. Sind aber Worst-Case-Szenarios, was das angeht. Hauptsächlich halt der Attribut Finsternis ist hier in dem Thema mehr oder weniger wichtig. Und dann auch noch der Virtualist, auch noch Hexer. Also den könnte man damit auch noch ausrüsten. Das nochmal zum Transportverbund. Aber ich denke mal, jeder sollte die Kombo mittlerweile kennen. Hauptsächlich halt mit dem Drachenbuster, der halt den Gegner einschränkt, einschränkt, was das Extra-Deck angeht, ist um einiges stärker eigentlich. Aber ich dachte mir, ich hau halt den Zauberbuster mit rein, weil er halt den Friedhof ein bisschen lockt vom Gegner. Und zusätzlich auch noch Stufe 3 ist. Und Attributen Finsternis hat. Leider kein Empfänger, wäre ein bisschen cooler, wie ich finde. Und dann noch die Mascarena zusammen mit einmal Phoenix und einmal das Einhorn. Ist natürlich krass, weil wir können mit ihr eine Linkbeschwörung machen in der Runde des Gegners. Und halt die Nightmares müssen Karten abschmeißen. Zum Beispiel mit Fafa wieder haben wir hier als Beispiel zusammen eine sehr starke Kombo, um noch einen Monster zusätzlich zu verbannen. Und halt mit Phoenix ein Monster, beziehungsweise eine Backroad zu schießen. Mit Einhorn was zurückzumischen. Dann bei Link 4 habe ich den Kaliberschwert halt für den OTK dabei. Und Apple Loser, ich komme auch gleich noch zu Alternativen, die ihr spielen könnt. Die ihr halt, sag ich mal, für Apple Loser verwenden könnt. Gibt leider aber keine wirkliche Alternative für halt den Apple Loser. Auf jeden Fall halt Apple Loser in diesem Deck halt wirklich so als Start Negate. Ziemlich stark, auf jeden Fall. Dann das soweit zu den Link-Monstern. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Xyz. Ist auch nicht wirklich viel bei den Xyz, die ich spiele. Und zwar zweimal den Dante. Ihr könnt ihn auch dreimal spielen. Ist vielleicht so im Late Game, also wenn man wirklich ins Grind Game reinkommt. Etwas besser. Muss man halt abwiegen, wie man das möchte. Habt ihr aber momentan halt nur zweimal drin. Dann noch Beatrice. Zeitgleich halt auch mit den Pilger des Brennen Abgrunds. Also den Dante-Pilger des Brennen Abgrunds. Er ist halt nur drin, wegen Beatrice. Weil wenn sie durch einen Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, können wir ihn ungeachtet der Beschwerungsbedingungen aus dem Deck heraus specheln. Was auch nochmal sehr cool ist. Und Beatrice zusammen mit Dante in der Runde des Gegners. Also wir können sie, wenn wir einen BA abschmeißen, halt mit Dante overlayen. Und dann in der Runde des Gegners halt Monster von unserem Deck am Friedhof legen. Im besten Fall dann halt Farfar. Je nachdem, wenn der Gegner halt zum Beispiel eine wichtige Normister macht für seine Kombos, können wir die dann direkt verbannen mit Farfar. Und dann noch den Verge über den Synchros. Ist auch relativ okay. Jetzt nicht die heftigste Karte, aber dennoch habe ich sie halt mit reingehauen, weil sie halt zu BA gehört. Und dann noch den Trishula. Sind wie gesagt meine einzigen Synchro-Monster, die ich momentan halt im Deck habe. Und das soweit zu meinem BA-Budget-Deck. Ich habe jetzt noch ein paar Alternativen, die ich wahrscheinlich auch zeigen werde, sobald ich halt das Low-Budget-Deck mache. Und zwar einmal den Zierbaros. Könnt ihr mit reinhauen für zum Beispiel halt die Mascherena oder Transportverbund etc. Könnt ihr halt mit austauschen. Da an den Schwerkraftsbeherrscher ist hier Link 1er. Und na klar, wir spielen halt viele Exis und halt Synchro-Monster. In Anführungszeichen. Können wir ihn eigentlich relativ einfach beschwören. Dann halt der dritte Dante, wie angesprochen. Natürlich könnt ihr auch Nashorn jetzt dreimal spielen. Oder halt den Kalkarp könnt ihr auf 3 erhöhen. Vielleicht auch den Alec, beziehungsweise ihn auf 2. Den Alec auf 3. Je nachdem wie ihr wollt. Und dann noch die Crusadia Engine. Hier aber in dem Fall nur die Stufe 3-Monster. Die können sich halt special in Zone, wo Link-Monster drauf zeigen. Und könnte relativ, sag ich mal, für eine Budget-Version gute Optionen darstellen. Und dann nochmal zu Crystal Needle-Fiber. Den würde ich hier gerne drin spielen. Muss mal schauen, ob ich das Ganze noch mit einbaue. Zusammen natürlich mit einmal den Crystal Quantax. Tigi, Wundermagier. Die könnt ihr halt damit raus specialen. Und dann habt ihr halt die Option, mit den Quantax in einmal Draxor zu gehen. Der halt in die Gate gegen Zaubern fallen ist. Und Schwarzer Rosendrache. Der halt das komplette Board. Mit Zusammenhalt Needle-Fiber. Und halt den Quantax. In der Runde des Gegners halt das Board sprengen kann. Was natürlich auch krass ist. Wie eigentlich schon Nibiru. Bloß sogar, dass er keinen Token bekommt. Ist echt krass. Dann noch den Kaliber-Lade-Wilddrachen. Der hier zusammen halt mit den Wundermagierinnen. Oder halt auch den Berserker der Tenji. Hier in dem Fall halt, weil er Stufe 5 ist. Und wir halt eigentlich nur Monster Stufe 3 spielen. Habe ich jetzt halt die 8er rausgesucht für TG Wundermagier. Und die 7er halt für den Quantax. Weil wir halt wie gesagt Monster Stufe 3 spielen. Das zusammen halt Stufe 7 ergibt. Aber ich denke mal ihr wisst was ich meine. Und ich würde sagen. Wir sehen uns jetzt noch einmal im Outro. Und wie immer. Würde ich mich natürlich darüber freuen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge. Was jetzt hier das Date Before angeht. In die Kommentare schreibt. Oder vielleicht auch Karten. Die man mal im BA testen sollte. Dann würde ich mich natürlich über einen Kommentar von euch freuen. Aber natürlich auch. Wenn ihr dem Video einen aktiven Daumen nach oben da lasst. Allerdings wenn euch das Video nicht gefallen hat. Könnt ihr auch ein Dislike da lassen. Bitte aber auch nur dann. Wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ich wünsche euch jetzt wie immer. Einen schönen Tag. Abend. Je nachdem wann ihr es wieder seht. Wiederschauen. Und rein da ab. Wiederschajes. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Wiederschauen. Vielen Dank.